Das Peter-Prinzip besagt, dass erfolgreiche Menschen in großen hierarchischen Organisationen so lange befördert werden, bis sie ihren eigenen Grad an Inkompetenz erreicht haben. Danach werden sie nie wieder befördert und bleiben oft ein Leben lang dort hängen. Um dies besser zu verstehen, wollen wir uns ein Beispiel aus dem wirklichen Leben ansehen. Die beiden Hochschulabsolventen David und Diana trafen sich zum ersten Mal bei einer Vertriebsschulung des Pharmaunternehmens P-Pharma. Sie waren so stolz darauf, einen Job bekommen zu haben, bei dem sie tatsächlich Menschen helfen konnten. Das Unternehmen hatte gerade Oxidevil erfunden, ein vielversprechendes neues Schmerzmittel. Es warb damit, dass es nicht süchtig mache. David und Diana ahnten nicht, dass sie sich einer der gefährlichsten Organisationen im modernen Amerika angeschlossen hatten. Sie leisten beide gute Arbeit. Sie überzeugen viele Ärzte, ihren Schmerzpatienten Oxidevil zu verschreiben. Im Laufe der Jahre werden sie Freunde und sie feiern oft gemeinsam ihre Erfolge. Beide erzielen hervorragende Verkaufszahlen und werden schließlich zu Managern befördert. Der Übergang erfolgt ohne viel Training. Diana war zwar eine großartige Verkäuferin, ist aber eine schreckliche Managerin. Die Kollegen fangen an, sie nicht mehr zu respektieren. Und Diana wird bei der Arbeit sehr unglücklich. Daraufhin beschließt sie, weniger Einsatz zu zeigen und bemerkt nicht, dass etwas Merkwürdiges vor sich geht. Einige Mitglieder von Dianas Team beginnen, Oxidevil millionenfach an kleine, unbekannte Kliniken zu verkaufen. David ist ein Naturtalent. Er weiß, wie er seine schwächsten Mitarbeiter unterstützen muss und wie er diejenigen bestätigen kann, die gute Leistungen bringen. Er wird zu einem aufsteigenden Stern in der Organisation und wird nach ein paar Jahren zum Verkaufsleiter befördert. Wenn Diana David jetzt in der Cafeteria sieht, geht sie ihm aus dem Weg. Sie hat Angst, ihre Unfähigkeit zu offenbaren. Sie ist zu sehr auf sich selbst konzentriert und bemerkt nicht, wie gestresst er aussieht. Davids neue Position als Direktor ist sehr komplex. Ihm fehlen die analytischen Fähigkeiten, um sich einen Reim auf die Zahlen zu machen. Er versteht nicht, warum die Verkäufe von Oxidevil so dramatisch angestiegen sind. Er fühlt sich zu unsicher, um dieses Gefühl zu kompensieren. Er beginnt Überstunden zu machen. In der Nacht vor seiner ersten Vorstandssitzung schläft er überhaupt nicht. Er hat zu viel Angst, dass die anderen merken, dass er in seinem Job völlig versagt. Die Sitzung beginnt mit einem Wissenschaftsteam. Sie stellen neue Forschungsergebnisse vor, aus denen hervorgeht, dass Oxidevil tatsächlich stark süchtig macht und dass Hunderttausende von Menschen davon betroffen sein könnten. Der Raum wird ganz still. Dann meldet sich die Anwältin zu Wort und bestätigt, dass es keinen Grund zur Sorge gibt, da das Produkt von der FDA zugelassen wurde. Sie fügt hinzu, dass die Verkaufszahlen nun bis zum Ablauf des Patents in die Höhe schnellen dürften. Der Marketingleiter ist erleichtert. Er kann die gleichen TV-Spots weiterlaufen lassen. David möchte etwas sagen, traut sich aber nicht, dies zu tun. Lediglich eine Person versteht, dass einige der Anwesenden das sogenannte Peter-Plateau oder ihre finale Ebene der Inkompetenz erreicht haben. Das ist Richard Sucker, CEO und Mitglied der Milliardärsfamilie P. Farmer. Wie funktioniert also das Peter-Prinzip? Menschen steigen in ihrer Karriere auf, weil sie über hohe Fähigkeiten in einer bestimmten Aufgabe verfügen. Nach der Beförderung sind diese Fähigkeiten für die neue Aufgabe oft irrelevant. Die neu geforderten Fähigkeiten übersteigen ihre vorhandenen Fähigkeiten oder sie haben nicht die erforderliche Ausbildung erhalten. Es könnte sein, dass dein neuer Vorgesetzter auch ein Opfer des Peter-Prinzips ist und nicht erkennt, dass eine Fortbildung sinnvoll wäre. Und es sind zudem Anreize im Spiel. Menschen arbeiten oft hart, um eine bestimmte Position oder ein bestimmtes Gehalt zu erreichen. Wenn sie diese erreicht haben, werden manche faul. Wenn Menschen ihre Leidenschaft verlieren, hören sie auf zu lernen. Es kann sein, dass sie mit neuen Entwicklungen nicht Schritt halten, worunter wiederum die Qualität der Arbeit leiden kann. Um ihre eigene Komfortzone zu schützen, stellen sie jede neue Idee oder Person in Frage, die ihr Leben unangenehm machen könnte. Inkompetente Mitarbeiter sind oft unglücklich. Sie haben einen Job aufgegeben, in dem sie fantastisch waren und von ihren Kollegen respektiert wurden und müssen nun mit ansehen, wie ihre Kollegen befördert werden oder auch feststecken, wie sie selbst. Dies hat negative Auswirkungen auf das Unternehmen. Aus Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, genießen inkompetente Manager die Unübersichtlichkeit und führen komplizierte Verfahren ein. Diese Verfahren machen nur für den Manager Sinn und lassen die Kollegen verwirrt und uninformiert zurück. Manche arbeiten sehr hart, um ihre mangelnden Fähigkeiten auszugleichen. und ihre Vorgesetzten trauen sich deshalb nicht, sie zu entlassen. Das Ergebnis sind oft komplexe und inkompetente Unternehmen, die sich zu langsam bewegen, um innovativ zu sein. Das Peter-Prinzip wurde erstmals von den Autoren Lawrence Peter und Raymond Hull im Jahr 1969 vorgestellt. Seit seiner Einführung ist es ein viel diskutiertes Thema im Bereich der Führung im Jahr 2018. Die Professoren Alan Benson, Danielle Lee und Kelly Ksu analysierten die Leistungen und Beförderungspraktiken von Vertriebsmitarbeitern in über 200 amerikanischen Unternehmen. Dabei stellten die Forscher fest, dass leistungsstarke Vertriebsmitarbeiter unabhängig von ihrem Führungspotenzial eher befördert wurden, was den Unternehmen massive Kosten verursachte. Unsere Geschichte von David und Diana war frei erfunden. Schauen wir uns nun an, wie sich die tatsächliche Geschichte abgespielt hat. Purdue Pharma führte 1996 ein opiumhaltiges Medikament namens Oxycontin ein. Es wurde offensiv als sanftes Schmerzmittel für mittlere bis starke Schmerzen vermarktet. Der Umsatz stieg auf über eine Milliarde Dollar im Jahr 2000. Im Jahr 2016, 20 Jahre nach seiner Einführung, starben pro Tag vier Amerikaner an einer Überdosis verschreibungspflichtiger Opioide. Über sechs Millionen Menschen hatten Berichten zufolge Oxycontin auf nichtmedizinische Weise konsumiert. 170.000 Menschen nahmen zum ersten Mal Heroin. Viele von ihnen hatten zuvor Oxycontin konsumiert. Der Staat Massachusetts verklagte Richard Sackler, Purdue Pharma, 15 Führungskräfte und die Familie Sackler, weil sie Ärzte und Patienten über die Risiken von Oxycontin getäuscht haben sollen, um den Absatz zu steigern. Der fiktive David könnte im Gefängnis landen. Die fiktive Diana kommt wahrscheinlich mit dem Schrecken davon. 33.000 Menschen, wo sie哎¢ geht. Memphis 90.000 jause никогда auf einmal rufen M2000 ist. Sommer 90.000. Zu weit gehen wird... Haus mit dem Schrecken sondern es flüssend. Da sind und da landyung dropflês da sind. zehn destruction von Schrecken. USD 10.000 bis肺incemm hidden sind. Hier einêmer, oben ihre Sindslands in Kaart musikunu... Da sind die Leute, oben ihre Bestände sehr für dich und die Politik FORG disability ist.